Ey, das darf doch nicht wahr sein, jetzt hängt der Scheiß schon wieder. Lars, du musst mir mal kurz helfen, der PC hängt schon wieder. So ein Drecksding, Mann! Ja, ja, okay, so mussten die jetzt auch nicht betiteln. Stell dir mal vor, wir hätten gar keinen PC. Was wäre dann? Das wäre es dann mit den weiteren Schulreferaten. Ey Christian, pass doch mal kurz auf meinen Rucksack auf. Du weißt, da sind die Filme drin. Ja, klar. Sind sicher, Mann. Uh, König der Löwen. So, noch unterschreiben. Ja, da hätten wir die Bewerbung. Ja. Ja. Ey Christian, gib dir bloß mir über dein Bild. Du weißt, ich brauch den Job. Ja, ja, wird schon gut, Mann. Ey, komm, Moment. Komm, besser geht's nicht. Hey, Leute, mein Name ist Chris und ihr seht ein neues Video von The Chris Test Show. Leider kann ich das nicht hochladen, weil ich gar kein PC besitze, aber wer braucht den schon? Ist ja egal bei YouTube. Hey, scheiße, Mann, Marvin. Morgen schreiben wir schon die Klassenarbeit und ich raffe einfach nichts. Christian, das ist ganz einfach. Du musst einfach nur die substituierte Finanzbank an meine Liebe schreiben. Was zur Hölle ist denn das schon wieder? Ey, das hat kein Sinn mehr. Oh, ja, hello, my name is Chris and I want to bewerb mich für so freie Ausbildungsclubs at your English or was weiß ich school. But sorry, my English is not so really clean from sake, you know. Auf, mach dein Zug. Ich warte. Ich warte immer noch. Ich warte immer noch. Ja, was gibt's denn? Die ganzen Hausaufgaben heute Abend. Ja, Moment, kein Problem, schick sie dir. Warte, ist vielleicht da eine schlechte Verbindung. Wo bin ich? Okay, das ist jetzt peinlich. Hey, Marvin, du musst dir mal vorstellen, so ein soziales Netzwerk, stell dir das mal vor, da kannst du überall deine Freunde einladen und Fotos teilen. Ich kann das nicht mehr an, dann halt die Garte. Was soll denn das scheiße? Das müssen wir wieder die Taschentücher hinhalten. Also Finanzkrise, das soll sich für noch gefallen. Aber dass ich jetzt nicht mehr kopieren darf, das sehen wir nochmal. Was? Hast du nicht gelernt? SchülerVZ ist unnötig, Mann. Scheißmusik, 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 Scheißmusik. Wenn wir jetzt ein paar kackten CD-Stapeln machen, so langsam müsste man ein Programm geben, wo man die auf einmal abspielen kann. Wollen König der Leven, 20 Euro. Wollen Kroniker von Narnia, 50 Euro. Wollen die Unglaublichen, unbezahlbar. Ey, Morgan, noch einmal duschen, dann ist Weihnachten. Christian, ist das Januar? Ja, ich weiß. So, herzlich willkommen zu meiner Powerpoint-Präsentation. Heute geht es um das Thema... ... ... Das war's für heute. Na, das war's für heute.